Dani, mach du Ansage. Was? Schon wieder? Nee. Ich war doch gerade... Hallo und herzlich willkommen zu Death by Daylight. Okay, lassen wir so. Weiter. Perfekt. Danke, Moni. Heute im Angebot. Welcher Killer ist es denn? Wissen wir noch nicht, weil wir noch nicht gestapelt haben. Stimmt. Letterface. Schwöre. Nein. Wow. Wow. Der macht wirklich komische Geräusche. Ich hab's nicht gehört, aber mir stand jemand im Weg. Achtet mal drauf. Ja, und ich hätte die Musik... Oh ey, Dani, also ich schupps dich wirklich. Wenn wir uns jemals sehen, ich schuppse dich. Das bezweifle ich. Doch, ich schupps dich um. Da läufst du gegen ne Wand. Ich bomb dich voll weg. Oh, Moni, da läufst du wirklich gegen ne Wand. Moni schafft das. Nein. Klar. Nein, das haben schon andere versucht. Die sind schon beim Stapler kommen und der Stapler ist umgefallen. Ja. Selbst Chuck Norris hat's nicht geschafft, wa? Ja, um Himmels Willen. Weißt du, willst du den LKW mich anfangen, aber da würdest du den LKW um mich herum biegen. Oh, Mann. Alter. Das ist einfach so ein Berg. Weißt du, der Dani zerschlägt in der Mittagszeit Steine. Oi, oi, oi. Der kaut Steine. Opelix, ne? Opelix. Winkelsteine. Ich kack auch Giesel. Boah. Was? Dani. Alter. Kieselsteine. Könntet ihr mir jetzt mit dem Wasser? Was? 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 Kieselsteine. Versteht ihr nicht, ne? Ach Mensch, ist egal. Das passt mir aus, wenn die nächste Woche über den Kiesweg läuft. Dann denke ich an Dani. Oh, hier war der Dani unterwegs. Oh, neue Straße. Oh Gott, die ganze asphaltierte Fahrbahn. Ah, schön. Da pupst du einmal und baust du Straße. Hallo. Dani, jetzt weiß ich, warum du im Stahlhandel arbeitest. Warum? Kannst du die Platten zu biegen. Ja, so Kardiotraining. Oh, fick dich, Killer. Geh weg von mir. Ich hätte gerne eine runde Tafel. Ja, ja, ich biege mich nicht zurecht. Warum? Warum? Ich bin so knapp. Ich bin so knapp. Ich bin so knapp. Oh, ja. Ich hasse dich, Killer. Geh weg. Was ist denn nun mit dir da hinten? Du, Dani. Nein. Ich stand dir nicht im Weg. Doch. Nee. Körperlich, geistlich. So eine Metallblockade. Da habe ich dir schon tausendmal das Bein gestellt. Hängst du wieder ab, ja? Hängst du mal wieder ab? Ja, ich schildere mal so rum. Meine Herren. Wer ist das denn eigentlich? Der Falle gestellt, ja. Achso, hatten wir ja vorhin schon. Hatte du gerade nochmal eine Falle? Ist er weg oder ist er noch bei dir? Nö, er stellt in einem größeren Umkreis Fallen hin. Cool, cool. Also da ist ein Stein und da sind so Bäume dran und den Stein nicht rumlaufen. War das eigentlich gerade ein nagelneues Teil? Nein. Achso, dann habt ihr zu zweit gemacht. Ja. Okay. Dani, wenn er weg ist, sagt Bescheid. Ja, er ist weg. Okay, ich komme zum Dani. Und der ist sehr brutal, muss ich sagen. Wirklich sehr brutal. Warum? Weil der übel schnell ist. Habe ich gespürt. Dani, wo hat er denn Fallen aufgestellt? Da hat er einen Stein. So kannst du probieren, musst du mir laufen. Okay. Ist doch nicht wahr? Huch, habe ich mich erschrocken. Boah. Wenn du jetzt um den Stein hier laufen musst, musst du auf eine Falle treten. Ah, gut. Eine Drehmine. Jo. Hast du Heilung dabei? Oh, geht doch einfach weg. Warum, Freunde? Der ist übelst gut. Das nervt doch. Ich bin so schlecht heute. Ach, Moni. Und der hat eisamer Griff. Och, Manu. Moni möchte wieder geholfen. Können wir nachher eine Runde mit diesen Kastendingern mal testen. Dann nehme ich wenigstens so ein Totem mit. Dann habe ich immer ein paar Punkte. Dani, kommst du in die Hütte mit rein, dann machen wir den Jenny. Dani. In die Hütte? Oh. Pass auf, der steht hier bestimmt. Also vor mir ist jetzt keine Falle. Der steht im größeren Umkreis. Ja. Hat der gerade die Nurse gespielt oder spielen die heute alle so? Weiß nicht. Aggressiv. Es ist Richtung Wochenende, das sind die ganzen Psychos. Ja, bitte nicht vom Haken holen, ich habe noch Herzklopfen. Tom, bist du in der Nähe? Ja, aber bitte nicht vom Haken holen. Warum nicht? Ja, da könnt ihr mich riechen. Der echt. Der echt. Ja, der hat ja mich geschlagen, der Trottel. Pass auf, Tom, da ist der auf dem Fersen. Der ist ein bisschen komisch am Kopf, der Kau. Dani, gehst du rüber? Naja, wie sieht es bei dir aus? Ich mache hier mal den Generator weiter. Ich mache mal den anderen beiden. Achso. Das hört sich gerade ruhig an. Moni? Ja, ja, der rennt ein Tom hinterher. Hä? Hä, wie kann denn der schon wieder hinter mir sein? Hä? Der ist scheißschnell. Hä, wie geht denn das? Ich sage doch, der ist übelst schnell. Können Sie dich verarzt? Ja. Bitte, bitte, Dani. Seit wann können denn Killer sprinten? Nee, aber es gibt, glaube ich, einen Perk, damit die schnell aus sind. Gruppenkuschen. Hallo. Der hängt mich auch nach oben auf. Kommt mal mit. Alter, wie hat der Dani einen blockiert? Was denn? Du hast mich blockiert. Ui, ja, das macht der gerne. Ach, schade, dass ich jetzt nicht aufnehme. Wieso? Ach, nee, doch nicht. Das sah gerade so aus. Das hätte mich nämlich jetzt extrem verwundert. Das ist genau in eure Richtung gelaufen. Das finde ich so ein bisschen schade bei Steam, dass man da nicht irgendwie so 10 Minuten oder so zurückspulen kann. Alter, okay. Jetzt hier kannst du auf den Knopf drücken und die sind immer so die letzten... Achtung, der kommt da. Der kommt genau in eure Richtung. Ja, der hat uns aber gesehen, Tom. Ach so. Die letzten 15 Minuten sind wir bei der Playstation immer abgesichert. Ja, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Hol den Tom, hol den Tom. Aua. Aua. Ich gehe rein. Das war so, äh, aua. Aber es sind wirklich krasse Killer jetzt, machen die Uhrzeit. Ey, der ist also... Ganz ehrlich, der hat doch nicht alle Latten am Zaun. Nee, die hat er ja abgeschlagen. Ja. Also, ihr könnt den Tom holen, er kümmert sich gerade nicht. Ja, ich bin da schon am Weg. Wo geht's denn hoch zu dem Lavi? Haltseite, ja. Hetzt mich nicht. Was macht denn ihr hier? Nein, nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht in den Keller. Nein. Das war knapp, ich hätte es nämlich verpennt mit dem Müggel. Ähm, ich komme in den Keller. Ich komme in vor allem... Oh ja, in der hinten ist der Haken. Wir machen es aber gern. Ja. Wo ist denn der Tom hin? Alter, wie der wegrennt. Ich habe keine Ahnung, Tom. Alter, der hat einen Boost-Antrieb. Ich bin schon weg. Ja, das haben wir mitgekriegt, du Honk. Hast du gerade nicht zu mir gesagt. Ja, woher, woher, woher. Wie sieht es bei dir aus? Ich höre doch. Ach, da heilt er sich. Hier, lass mich nicht mal heilen. Ich bin da los. Oh, ich kann nicht. Was ist denn das? Kann ich dich holen? Äh, Herzklopfen ist weg jetzt. Aber ich weiß nicht, wie es oben aussieht, wie die Fallen gestellt sind. Hi. Fuck. Oh, ernsthaft. Das ist doch zum Brechen, ehrlich. Also lass uns hier her, du hast alle Zeit der Welt. Naja. Sagen wir, du hast zwei Minuten Zeit. Oh, das geht ja den Weg, wo ich weglaufen wollte. Nein, das höhlt mich. Was? Nein. Oh, oh. Wie er mir der Aksel um mich drüber streichelt. Oh, nee, danke. Also im Rear Life funktioniert das nicht so. War da, war da irgendwo. Nein, gerade zu rennen. Da hat Spione der Schatten. Kränen kommunizieren mit dem. Ja, klar. Brutale Stärke, Erregung. Eisern und Griff. Momentumori. Aber nur für eine Person. Das heißt, er kann nicht mehr töten. Und keine Rufung. Keine Rufung. Schwester, oder? Nein. Äh, verringert gleich die Einstellzeit von Bärenfallen. So, ba-bum. Oh, verursacht heftiges Bluten beim gefangenen Opfer bis zur Heilung. Klingst du schon mal, Tom? Danke, Moni. Bitte. Also die Krähen, die lassen uns orten, oder euch jetzt in dem Fall. Ja, ja, klar. Hat er welche? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich würde auch aufpassen, dass keine Bärenfalle irgendwo ist. Hier ist schon einer angefangen. Wo bist du? Ja, hier. Aha, gut, danke. Ja, 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 krass zu, krass zu, krass zu, krass zu, krass zu. Krass, 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 krass zu. Krass, 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 krass. Oh, Tom, linken ab. Oh, der Arme, weißt du? Da kommen wir so nicht mehr. Was? Nein, der ist bei uns. Da ist er. Ist hinter uns, schaut uns zu. Boah. Hör auf. Ey, den Typen abzulenken, abzuhängen, das ist... Das ist übelst schwer. Ja. Kriegen wir den noch fertig? Er kommt auf uns, er kommt auf... Ja, den machen wir fertig, den machen wir fertig. Ich wollte gleich auf den Weg rumlocken, dann um die Paläste rumlocken. Oh, fuck. Oh, fuck. Dann kam der mir auch noch gegen. Oh, fuck, oh, fuck. 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 Nicht schon wieder ich. Ich werde so sterben. Nein, 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 der ist hinter mir, der ist hinter mir, der ist hinter mir. Oh. Es tut mir leid, Kater, aber Gott sei Dank. Lauf, 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 lauf. Mach sein Propeller an und... Ne, Moni, komm raus, komm raus, komm raus da oben. Ich weiß nicht, wohin. Lauf dem bestimmt jetzt in die Arme. Jetzt rechts raus. Jetzt geradezu. Okay, tschüss. Noch ein Stück rechts. Rechts. Was, rechts? Kater. Ja, ja, ich bin drauf. Ist doch nicht dein Ernst. Doch. Nein, lass erst mal fertig machen, bitte. Er bringt mich in den Keller, ich bin eh tot. Oh, ne rote Karte. Ja, dann schnell fertig machen, die Scheiße hier. Was? Gani, was? Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, Scheiße. 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 Ah, schade. Oh, du hast den Sprintboost drin, wa? Ja, der wird mir aber nichts bringen. Ach, die Scheißgrähen. Ja, der ist schon wieder hier. Naja, aber 75% Chance, dass die dir anzeigen, wo ihr seid. Das ist echt über, ja. Der ist bei Tom, Moni. Ist das jetzt in seinem Ernst? Ich stelle mich ein einziges Mal in den verdämlichen Schrank. Moni, geh weg, such die Luke. Ach, ich bin ja so vertraut. Moni, 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 Moni. Moni, such die Luke. Ah ja, was soll ich denn machen, Leute? Äh, weglaufen. Ehrlich? Ach was, ja, wer natürlich... Kannst du auch stehenbleiben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Ich kriege Kinder in eurem Gericht. Oh, ist das mies. Ja, 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 ja. Weil er die Palette kaputt gemacht hat. Ja, ja, ja. Ach, Mensch. Ich hätte euch so gerne mitgenommen. Oh Gott. Schreibt der G.G. Alter, ich wäre bekloppt. Oh. Oh, nee, also das hat er nicht verdient. Oh, mein Herzer, seid ihr noch da? Ja, ja. Oh Gott, ja. Alter, was für ein Glück. Scheiße, aber was für ein Schwein, dass da die Lucke war. Alter, aber wirklich, aber wirklich auf die Letzte und ich habe das nicht gewusst. Alter, was, ich habe bloß 19.000 Punkte. Ja, ich habe auch nicht viele Punkte bekommen. Ich habe auch nicht viele Punkte bekommen. Ach, das ist nicht viel. Sorry, dass es so laut war, aber ich... Nein. Nein, nein, vollkommen in Atmen. Ich hätte auch so geschrien. Alter, das war so ein Schwein. Das geht gar nicht. Ich glaube, morgen bin ich heißer. Geht nicht, geht nicht, ehrlich. Wahnsinn. Eieiei, eieiei, eieiei. Irgendwann muss man ja Erfolg haben, oder? Ja, klar. So, wie sieht es aus von der Zeit her? Äh, achso, ja, 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 weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie, weißt du gar nicht mehr? Ich weiß nicht mehr, wir haben jetzt 45 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange war bei der letzten jetzt. Ja, dann machen wir halt noch eine Rolle. Äh, Rolle. Machen wir halt eine mit Überlänge. Machen wir noch eine Rolle. Machen wir noch eine Rolle. Alles klar, machen wir die jetzt noch mit ran. Machen wir noch eine Runde und dann... Ja, die Rolle machen wir noch. Die Rolle machen wir noch und dann... Dann ist Schluss mit Rollen. Dann drehen wir uns wieder. Ja, ja. Dann geht es weiter. Wie wäre es denn, wenn er noch mal bereit drückt? Ne, warte. Noch nicht. Moni ist noch nicht fertig mit Rollen. Ne, sie möchte noch ein bisschen rumrollen. Ich roll noch nicht. Aber ich habe nur noch... So, rollen, rollen, rollen. Was? Was? Eieieiei, da gibt es aber echt üble Leute, ey. Alter. Junge, ich zitter am ganzen Körper. Ja, das glaube ich dir. Komm, next, dann stelle ich mich wieder dir im Weg, dass du das gleiche Erlebnis. Ja, ja. Was denn? Dann willst du weglaufen, was machst du? Stell sie dir voll in den Weg rein. Ja, aber du auch hochhin. Ich habe einen Schlüssel. Du hast ja Ellbogen in die Seite gerammt oder so. Wie bei einem Marathonlauf. Einfach so voll, weißt du, wegschub. Weil du weißt, ein dicker Bomb. Ja, einfach voll so schön in die Fresse rein, weißt du. Ja, wie so ein Football-Spieler. So weggetickelt, gegen die Wand, durch. Ja, durch die Wand, ja. Ich habe den Schlüssel. Ich habe die Macht. Habe ich jetzt auch mal so einen Schlüssel mitnehmen? Nein, wir brauchen das eigentlich. Warum? Ich habe auch ein lila Item mitgenommen hier, dass ich den nicht verliere. Okay, das ist schon mal ein Wort. Also ihr könnt links mitnehmen. Ich habe hier... Also, drei Generatoren und dann Luke. Nee, warte mal. Ja. Welcher ist denn das? Welcher schützt vor Itemverlust? Scheiße. Nein, dann habe ich das nicht. Aber ich verliere den Schlüssel nicht, dafür habe ich ein Item mitgenommen. So rum war es. Achso. Komischen Anhänger da. So halte ich mich jetzt an den Werteschlüssel, bleibe ich einfach permanent daneben stehen. Vielleicht habe ich dann Glück. Ja, ja, mach mal. Bringst du wieder jemand weg, ja? Ja. Schön, schön. Ich wurde abgedrängt, ja? Darauf bestehe ich. Weißt du, es ist schon gefährlich bei euch. Der eine wird weggedrängt und die andere haut die Paletten ein vor der Nase. Topic bleibt bei dir. Alles klar. Wollte ich nicht machen. Wieso? Duki und Stopi, oder? Der blockiert. Nee, ich stelle mich dahinter und zeige auf dich. Ja, das auch. Toll, toll. Einzelkämpfer, alles klar. Tschüss. Das wäre echt so. Der eine schubbt, die nächste hält auf. Ach, schon wieder diese dämliche Karte. Ich hoffe mal nicht dasselbe Killer. Der kriegt zu viel. Ein Schlimmerer. Oh, dann habe ich einen Engine-Fehler. Ach, ach, hoppala. Blackstream, tut mir leid. Ah, tut mir leid. Lol. Wäre da jetzt cool, wenn es ein Frankie-Killer wäre. Habt ihr auch gerade so eine Musik auf dem Ohr gehabt? Nein. Ich habe gerade irgendwie so eine Gruselmusik auf dem Ohr gehabt. Da habe ich Angst, dass es Michael ist. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse Michael. Was könnte das sein? Naja. Nicht dein Ernst. Du musst wohl ihn nur aufhalten. Da bringt die den wirklich mit. Boah, ich habe das aber echt mit. Ja, sage ich doch. Der Idiot ist mir ja hinterhergelaufen. Jetzt hat die den an mir abgeschmiert. Ja. Ich bringe ja wen mit. Kommt drauf an, wo du hinläufst. Ja, ich bin gerade im Haus. Dann ist es okay, alles klar. Ich meine, wie er da mit seiner Scheiß-Maske sitzt. Oh, er ist bei mir. Und dann so. Ah, ist abgeschmiert. Sehr gut. Durch die, durch die Blume, durch, so. Ja, ja. Oh, ich hasse das. So ein richtiger Stalker, weißt du? Denkt dran, wenn ihr die Luke seht, ich habe einen Schlüssel. Ja. Ich muss erstmal weglaufen. Ja, einen Generator haben wir gemacht. Also der in der komischen Hütte draußen, der ist auch schon fast fertig. Draußen? Ich glaube, dreiviertel, ja. Ja, ja, in der Holzhütte, wo der Keller ist. Achso, eigentlich. Ja, ich laufe rein. Oder ich versuche es zumindest. Oh, da ist einer verletzt. Ja. Oh, er wird verfolgt von einem Maskenmann. Oh, bitte nicht zu mir. Bitte nicht in meine Richtung. Die laufen jetzt ins Haus rein. Keine Ahnung. Ja, da könnt ihr hin. Da könnt ihr hin. Das ist nicht euer Ernst. Irgendwie schmiert hier jeder den Killer an mir ab. Ich habe irgendwo verloren, er weiß ich nicht. Ist nicht euer Ernst. Ihr kommt in meine Richtung. Der Generator war fast fertig. Da ist einer angefangen, den mache ich jetzt mal weiter. Ja, ich habe auch schon zwei angefangen. Ja, der ist schon fast bis zur Hälfte angefangen. Den mache ich mal kurz weiter. Ist ja der Name vom Ausgangstor. Ist nicht wahr. Ja, ja, genau. Da könnte es wahnsinnig gewesen sein. Okay, Tom kommt gerade zu Hilfe. Guten Tag. Ist nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Danach gehe ich in die Hütte und mache den fertig. Ist nicht wahr. Meiner ist auch fast fertig gewesen, wo ich jetzt war. Ich schaffe nie einen Generator zu machen. Ich habe doch gedrückt. Ich werde doch echt. Es nervt. Seiner scheiß Aufladungsfunktion hier. Wer ist der doof? Guck dir in den Schrank. Was denn doch? Moni? Sie ist bloß weglaufen. Der war gut. Ja, hier war schon fertig, war? Oh Gott. Ja, dann habe ich gemacht. Ich habe auch gleich einen. Alter, Tom, hau ab. Verschwinde. Ach, ja. Wieso? Hallo? Habt ihr den mitgebracht? Nee, 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 nee. Der ist vor uns wohin weg. Dann geh doch mal, Torben, du blockierst. Ich kann sowas nicht leiden. Da wär ich bläde. Bläde? Komm mal mit, hier. Ach, hier ist er auch gleich. Der ist fast fertig. Ja, fast fertig. Der ist einmal halbfertig. Ja, aber jetzt sind wir zu dritt. Der hat ja auch kaputt gemacht. Ist der in der Holzhütte fertig jetzt? Nee, noch nicht. Dann können wir den als nächsten machen. Dann haben wir es doch gepackt. Was machen denn? Dann sind wir durch. Michael läuft gerade Generatoren ab. Ich weiß nicht, ob du etwas wissen wolltest. Ja, ja. Der liegt nämlich gerade mit dabei. Ja, ja. Der hier in der Hütte, der ist auch schon halb gewesen. Ja, dann machen wir den fertig jetzt. Ja. Wir bleiben so lang dran, auch wenn er kommt. Das ist egal. Der soll uns einzeln vom Generator wegpflücken. Und er kommt auch. Ja, das ist klar, dass ich oder derjenige bin. Also ich bin jetzt gerade bei einem Generator vor dem Haus. Das brauchst du nicht mehr. Der in der Holzhütte ist fast fertig. Mach den fertig, der ist hinter mir. Ja, ja. Ich bin schon dran, ich bin schon dran. Er geilt sich an mir auf, sonst wäre er nicht zu schnell. Ah, jetzt hat er mich gehauen. Tadda, hast du... Tadda! Tadda! Mach, 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 mach! Und los! Danke! Oh, das wird ihn so ankotzen jetzt. Ach, diesen Beene da drüben. Macht nichts. Wenn er die Ducke seht... Wenn er das wieder recht schnell aufholt. Danni, Ausgang? Ich mach gerade den Ausgang auf, wo wir den Generator gemacht haben. Ja, ich mach den anderen auf. Das ist sehr schön. Ich laufe jetzt zielstrebig auf dich zu, aber ich glaube, er kriegt mich. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Noch nicht gerade ausrennen. Noch nicht gerade ausrennen. Noch nicht gerade ausrennen. Anders geht's nicht. Danni, wie schnell? Wie lang? Drei Viertel. Meiner ist gleich ja. Drei Sekunden. Drei, zwei, eins und nein. Und da ist ein Haken, da ist auch noch ein Haken. Ich muss da schon kurz auf Zeit nehmen, dass der zu mir kommt. Ja, 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 ja. Boah, der ist aber weit weg. Ja, aber der Ausgang ist offen hier. Ja, ich bin direkt dahinter, aber ich weiß nicht, ob der zu mir kommt. Ja, er kommt jetzt. Ich hol dich, Kata, und dann gehen wir zu meinem Ausgang. Nee, die sind beide offen. Hier ist die Luca direkt an dem Ausgang, Moni. Fuck, ich muss raus. Ja, ja, Moni, schnell, 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 schnell. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Wer denn weg? Ja, 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 ja. Der ist bei mir im Ausgang, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade ist. Kata? Ja, ja, ich lauf, aber ich hoffe, ich schaff's. Ich kann für nichts garantieren. Tada! Tata, nein, dreh rum, dreh rum, dreh rum. Nee, nee, ich muss raus. Nee. Wie, nee? Der ist hinter dir. Ja, ich weiß, ich muss aber raus. Waaat, hab ich ein Glück? Oh Gott. Moni, geh raus. Wo sind die Ducke? Ich hab das Messer noch im... Weißt, die hat noch... Ja, ich hab's gemerkt. Wo sind die Ducke? Geh. Hast du nicht gesagt, hier ist die Ducke? Ja, ja, ich weiß doch, wo die Ducke ist. Ja, ich würd sie gerne aufschließen, aber... Nee, brauchst du da nicht mehr. Gibt aber extra Punkte. Ja, eigentlich schon, aber wenn er's mir nicht sagen will, dann bitte. Mein Gott! Der wartet nur. Alter, die Ducke direkt vorm Ausgang. Geil, oder? So was hat man jetzt auch noch nie... Das ist mir schon öfters jetzt aufgefallen. Also so weit draußen sind die Ducke normalerweise nicht gelesen, oder? Nee, man war ja direkt vorm Ausgang. Alter, was? Der hat Bier gekriegt. Ich hab grad mal 16.000. Der ist ein Killer. WP? Weil der ernst hat... Weil der ernst hat... Boah. Oh Gott. Gut. Nerven, aufrauben, die Sache, wie auch immer, ist schon spät. Ja, allerdings. Allerdings. Boah. Sagt man das nicht so? Heißt das nicht so? Aufreibend. Ja, nee, dann sag das doch, Dani, weißt du? Oh, reibend. Oh, Dani, reib doch mal. Du Scheißer. Reiber, du. Arrrr. Oh Gott. Gut. Ich freu mich auf die nächsten Runden mit euch. Ja, auf jeden Fall. Und wünsche eine gute Nacht. Einen schönen Abend. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.